Ja, ich denke, wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Ich denke, dass der Unterschiede ist auf der League. Was mir vielleicht ein bisschen gehofft hätte oder gewünscht hätte. Das ist vielleicht auch für die nächsten Aufgaben eine Idee, die wir verwirklichen könnten. Dass wir noch aggressiver nach vorne spielen. Dass wir in Österreich einen guten Spielball laufen gelassen und die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Aber ich denke, es wäre mehr möglich gewesen, dass wir die Vertikalen noch mehr attackiert hätten. Dass wir auch noch zutreten und mehr in den 16 Meter. Das ist eine Aufgabe für die nächsten Spiele. Ich denke, wir haben eine Menge aus dem Spielballspunkte. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank.